Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle in diesen sonnigen, schönen Samstag gut reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 44.400 US-Dollar. Es hat sich wenig bewegt. Was ich jetzt fürs Wochenende erwarte, können wir uns das gleich angucken. Vorher lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal. Ihr kennt das gleiche, gleiche Spiel wie immer. Ich würde sagen, wir starten jetzt sofort durch. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 44.400 US-Dollar. Aber wir hatten gestern einen kleineren Push in Richtung über 45.000 US-Dollar-Marke. Wir wurden gleich wieder abverkauft. Also wir haben uns eigentlich relativ erstmal ein paar Minuten nach oben gehalten, ohne signifikante Verluste. Und seitdem konsolidieren wir jetzt hier übers Wochenende. Es ist Wochenende, ich habe es gerade schon erwähnt. Heißt auch hier ein bisschen vorsichtig sein. Wir halten weiterhin unseren kleinen Abtrend. Also dieser kleinere Abtrend, der untere ist der übergeordnete. Den halten wir. Was ich mir vorstellen kann, entweder wir laufen jetzt hier erstmal seitwärts in dieser Range. Es wäre auf jeden Fall nicht bearish, wenn wir uns jetzt einfach hier, sag ich mal, in dieser Range hier bewegen. Bei ungefähr 44.600 bis ungefähr 43.800 US-Dollar. Einfach in dieser Range ein bisschen konsolidieren. Vielleicht dann hier irgendwann gegebenenfalls nochmal diesen Abtrend antesten. Worst Case, sag ich mal, fürs Wochenende 42.9, 42.8. Hier unten ist noch eine kleine 4-Stunden-Demand-Zone. Die 4-Stunden EMA-Ribbons liegen da. Aber wichtig ist es jetzt, dass wir erstmal hier konsolidieren und dann wirklich wieder genug Kaufkraft hier reinkriegen. Wir haben es da drüben gesehen, auch hier drüben waren wir öfters mal, haben immer wieder konsolidiert, konsolidiert. Dann hatten wir dieses Bart-Simpson-Pattern in Anführungszeichen, wo generell dieser Move ineffizient war. Das war relativ klar, dass wir dann wieder nach unten abverkauft werden. Dafür sieht es jetzt momentan ganz gut aus. Also wir sind so schleichend nach oben gekommen. Volumen hat immer wieder gepasst für diese Pumps. Dann wieder ein bisschen Konsolidierung, nächster Pump. Also das sieht schon mal vergleichsweise im Gegensatz zu diesen anderen Pumps hier relativ gut aus. Jetzt ist es halt wichtig, wir müssen diese Range halten, wir müssen unseren Abtrend halten. Weil dann kommen die ganzen Widerstände auf uns zu. Ich habe ja schon Anfang der Woche gesagt, Wunschszenario wäre eigentlich, wir gehen hier Richtung 45k. Übers Wochenende dann vielleicht hier in Richtung 47, 48k. Um diese ganzen Widerstände hier oben einfach mal dann signifikant rauszunehmen. Einen nach dem anderen so abgrasen. Wäre nicht schlimm übers Wochenende. Klar, wir haben ein CME-Gap glaube ich bei ungefähr 44.700 US-Dollar. Ist nicht schlimm, sage ich mal. Heißt, wir befinden uns jetzt eigentlich sogar unter dem CME-Gap. Wir haben ein leichtes CME-Gap nach oben. Deswegen weiterhin der Gameplan, sage ich mal. Hier oben einfach ein bisschen abgrasen. Vielleicht ein bisschen volatilere Zeiten. Dann nochmal zum Montag hin. Nochmal ein kleinerer Dump. In Anführungszeichen Dump. Es wäre einfach ein gesunder Rücksetzer. Nochmal ein kleines CME-Gap zu schließen. Abtrend antesten. Und dann wirklich diese nächste Woche Bullish. Also das ist ja das, was wir eigentlich schon die ganze Woche immer wieder verfolgen. Dieser Gameplan. Wichtig ist nachhaltig die 45.5. Sollten wir ein Weekly Closer darüber schaffen, wäre das meines Erachtens erstmal Bullish zu sehen. Wie gesagt, Montag dann nochmal ein kleiner Rücksetzer. Ist absolut im Rahmen. Da müssen wir uns dann keine riesen Gedanken machen. Es ist okay. Aber ihr seht es hier. Diese Zone ist einfach wirklich entscheidend. Diese 45.5 bis ungefähr 46k. Ihr seht es hier drüben. Support, Support. Immer wieder Widerstand. Und immer wieder Rejection. Und dafür hat sich diese Candle relativ gut gehalten. Klar, wir hatten so ein kleiner Abverkaufs-Candle. Aber es waren 300-400 Dollar. Das ist nichts im Vergleich hier zu diesen Candles, wo dann viel, viel mehr Volatilität reinkam. Viel, viel mehr Abverkaufsvolumen. Und es ist zumindest, nehmen wir das da drüben mal weg, wäre es jetzt der dritte Versuch, wo wir diese Resistance rausnehmen. Also für mich ist es erstmal ein gutes Zeichen. Wir versuchen immer wieder diese Resistance anzutesten. Und umso öfter wir natürlich eine Zone antesten. Desto weniger Liquidität ist dann natürlich drin. Die Longs, habe ich mir gestern mal angeguckt, haben minimal abgebaut. Aber es ist jetzt nichts Signifikantes. Die Shorts haben minimal zugenommen. Also von der Seite, jetzt sage ich mal von diesen Bitfitnecks-Zahlen, müssen wir uns jetzt erstmal keine Gedanken machen. Es sieht momentan gut aus. Ich erwarte jetzt erstmal fürs Wochenende entweder eine leichte Seitwärtsphase, zumindest am heutigen Tage. Oder wir kriegen wirklich unseren Push hier oben in die Region. News-Technisch sollte nichts kommen. Es ist Wochenende. Trotzdem aufpassen mit irgendwelchen Long-Positionen. Es ist Wochenende. Wenig Volumen im Markt. Leichtere Manipulation. Behaltet den Abtrend im Auge. Worst Case 42,8. Mit dem 4 Stunden E-Mail-Ribbons im Auge behalten. Plus der Abtrend. Ansonsten leichte Konsolidierungsphase. Vielleicht ein bisschen das Wochenende genießen. Und nicht zu oft auf den Chart gucken. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum wieder in unserem Rising Rage in Anführungszeichen. Also ich bin da nicht so wirklich überzeugt. Wir haben es zwar drüber geschafft. Aber wir haben jetzt übergeordnet. Wir schauen uns das ganze Bild jetzt mal ein bisschen übergeordnet auf dem Daily-Timeframe an. Sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Wir haben ja noch unser FIP-Level von unserem All-Time-High. Sieht man hier oben ganz gut von unseren 4.800 irgendwas. Wurden jetzt rejected am 0,382. Das ist auch so ungefähr eine wichtige Zone für uns. Weil wir haben hier ein Hoch, hier ein Hoch. Beziehungsweise ein tieferes Hoch, tieferes Hoch, tieferes Hoch. Dann haben wir dieses Hoch zumindest rausgenommen bei 3040 US-Dollar. Aber für mich ist einfach wichtig, dieses Hoch hier langsam rauszunehmen. Beziehungsweise mindestens die 3289 US-Dollar. Und da scheitern wir momentan ein bisschen. Aber auch momentan zumindest noch kein Problem. Wir könnten nämlich auch hier sagen, wir haben ein richtig gammliches Double-Button-Pattern. Beziehungsweise zwei kleinere. Würde ich jetzt nicht danach traden. Für mich war es signifikant dieses Breakout hier aus unserem Symmetrical Triangle. Preisziel ist genau dieses Golden Pocket bei ungefähr 3.800 US-Dollar. Also hier wird sich dann sowieso entscheiden. Aber das ist so dieses übergeordnete Ziel, wo dann extrem spannend werden wird. Ansonsten, wir sind am 0,382 momentan. Auch hier erstmal übers Wochenende möglich, dass wir erstmal eine Seitwärtsphase sehen. Wenig Volumen im Markt, einfach ein bisschen Konsolidierung. Vielleicht übers Wochenende in den RSI. Ein bisschen nach unten korrigieren, damit wir vielleicht mit Schwung am Montag dann diese ganzen Widerstände rausnehmen. Weil auch Ethereum hat zumindest dann erst einmal Luft bis 3.380. Das heißt, wir würden hier an diesem letzten Hoch hier drüben noch scheitern. In dieser Widerstandszone. Also die müssen wir signifikant rausnehmen. Und dann hat auch Ethereum erst einmal Luft bis 3.800 US-Dollar. Und dann werden wir schon bei unserem CME-Gap. Also ihr seht, es ist nicht bei unserem CME-Gap. Der Möglichkeit, dass ihr seht, es würde relativ flott gehen. Deswegen lieber ein bisschen momentan vorsichtiger sein. Trades aufmachen, kein Problem. Aber jetzt erstmal nicht am Wochenende. Schauen, was am Montag, Dienstag passiert. Ansonsten sieht es relativ ruhig aus. Cardano sieht auch wirklich gut aus. Wir haben zwar jetzt hier diesen Abtrend gebrochen im RSI. Erstmal kein Problem. Dafür haben wir die 4 Stunden E-Mail Ribbons angetestet. Wir haben fast die psychologische Marke von 1 Dollar angetestet. Also ich würde es noch nicht abschreiben, dass wir nicht vielleicht doch nochmal hier in diesen Bereich von 1 Dollar reinkommen. Möglichkeit besteht. Altcoins sind sehr volatil. Auch unabhängig vom Bitcoin. Aber trotzdem. Cardano sieht erst einmal gut aus. Profite sind ja schon rausgenommen. Ich lasse das Ding jetzt einfach laufen. 1 Dollar Marke im Auge behalten. Monatspivot. Ansonsten die nächsten Widerstände sind hier im Bereich bei 1,23 bis 1,26. Was für ein Wunder. Hier liegt das Preistil von unserem Adam & Eve Pattern. Ansonsten brechen wir diese Zone. Habe ich ja auch gesagt. 1,40 Dollar. Übergeordnet. Erstmal das Ziel. Langfristig. Downtrend gebrochen. Schauen wir mal, wo es hingeht. Gut. Dann schauen wir uns noch ein paar Altcoins an. Axie. Absolut explodiert. Also Glückwunsch, wer da vielleicht doch noch reingegangen ist. R1 hat nicht gehalten. Befinden wir uns jetzt da drunter. Aber ey, komm. Wir hatten hier krasses Kaufvolumen. Also der Pump. Wirklich ein schöner Pump. Preisziel müssten wir, glaube ich, noch nicht erreicht haben. Ich glaube, das müsste sogar noch ein bisschen höher sein. Eigentlich gehe ich jetzt mal ein bisschen konservativer daran. Ne, haben wir sogar nicht erreicht. Also wir hätten hier auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber was nicht ist, kann auch passieren. Retestieren diese Region. Sag ich mal, um die 65 US-Dollar wäre nochmal eine Möglichkeit. Ansonsten geht es hier doch nochmal einen Schwung nach unten in Richtung Monatspeavit. Aber gut, Axie ist erstmal bullish. Wochenende aufpassen. Am besten gar keine Altcoin-Trades, irgendwas aufmachen. Beobachtet den Markt. Schauen wir uns doch Luna an. Luna hat den Abtrend erst einmal gebrochen. Aber auch hier eher so eine Seitwärtsphase. Also hier, wie gesagt, ihr kennt mich. Ich gehe hier einfach nicht short. Ungern zumindest bei Luna. Gefällt mir so nicht. Müssen wir jetzt auch abwarten, wie sich hier die nächsten Tage verhalten. Auch hier könnte man sagen, okay, wir bilden jetzt hier so eine Art symmetrical triangle. Aber das ist mir zu viel Rumgemalere. Wichtig ist, dass die Zone hier um 84 US-Dollar hält. Sollten wir da nochmal hinkommen. Ansonsten wenig zu sagen hier. Auch Chainlink. Momentan auch dieses Adam-Eve-Pattern. Das ist noch vom Livestream. Also bitte nicht hier steinigen. Momentan Monatspeavit bestätigt. 4 Stunden EMA-Ribbons. Also es sieht auch hier gut aus. Wir haben vom RSI Luft. Könnte man sogar überlegen, ob man sich hier nochmal reintraut. Eventuell, wenn Bitcoin heute einen Tag über konsolidiert, hier nochmal in den Trade reinzugehen. Ein erstes Ziel wäre ungefähr die 17,50 Dollar. Maximum. Lieber vorher ein bisschen Profite nehmen. Danach wären wir schon bei ungefähr 19,33. Gut. Dann Iota nochmal ganz zum Schluss. Wenig Bewegung. 0,80 Dollar. Also hier erwarte ich auch noch früher oder später langsam so einen Move. Weil wir auch hier dieses gleiche Pattern haben. Plus dieses symmetrical triangle. Aber gut. Schauen wir mal. News gibt es keine. Es sind immer noch die gleichen von gestern. Deswegen würde ich sagen, beenden wir das Video. Ich wünsche euch einen schönen entspannten Abend. Äh, Abend. Schönen entspannten Tag. Wir haben erst morgens. Mann ey. Mir fehlt noch ein Kaffee. Ihr merkt schon. Ähm. Ja. Wünsche euch ein schönes entspanntes Wochenende. Lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Teilt das Video, wo auch immer ihr Bock habt. Ähm. Ja. Wir hören uns dann morgen früh wieder. Ähm. Schönen entspannten Tag. Und wie immer. Stay crypto. Ciao, ciao.